Männer, pudert ihr euch noch immer die Eier? Ihr wisst, dass ihr das nicht tun müsst, oder? Es gibt wirklich keinen Grund, komische Puder oder schmierige Salben zu benutzen, das gehört der Vergangenheit an. Wenn du deine Jungs den ganzen Tag über kühl und trocken halten möchtest und Reibung verringern willst, dann hol dir den Crop Preserver. Diese 24 Stunden Deo-Lotion ist kein Puder, sondern wirkt feuchtigkeitsspendend und wurde speziell für deinen Intimbereich und Körper entwickelt. Sie enthält Aloe Vera, ist reibungsmindernd und zieht schnell ein. Du verwendest Deo für deine Achseln? Warum also nicht auch Deo im stinkigsten Bereich deines Körpers? Gehe zu menscat.com-de und hol dir den Crop Preserver. Deine Eier werden sich bedanken. Erhalte zudem für begrenzte Zeit kostenlosen Versand und einen kostenlosen Chat-Kulturbeutel.